Nun, ich würde sagen, ich bin etwas mehr als nur ein Eindringlich. Ich bin ein Vollidiot, das bin ich. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Mirror's Edge. Und wir sind am Tag der offenen Tür bei irgendeinem Sicherheitsunternehmen, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich das Spiel seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Aber ich erinnere mich noch daran, dass wir einfach so durch die Vordertür laufen konnten und ich habe mich gerade auf die Schnauze gelegt. Au, und ich habe mir die Knöchel gebrochen. Fängt gut an, ich bin keine Minute drin und habe mir schon ein Bein gebrochen. Das ist super. Ist da was runtergeknallt? Das ist nicht nur ein beschissenes Sicherheitsunternehmen, die haben auch noch schlechte Aufzüge. Die haben alles, das ist das volle Programm. Das volle Programm einer maroden Firma, muss ich das drücken? Tatsache, der große Rote, es ist immer der große Rote Knopf in jedem Spiel. Großer roter Knopf, gleich alles gut. Oh fuck! Hey, mach mal halt... Oh, ja, okay, 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 ja. Ich verstehe, ihr wollt mich tot, ich verstehe, ihr wollt mich tot, aber es gibt keinen Grund auf mich zu schießen. Es ist Tag der offenen Tür, behandelt ihr eure Besucher immer so? Liegt ihr eine Knarre oder sowas? Ich muss mich doch irgendwie wehren können. Eine Pistole? Das ist ein Sicherheitsunternehmen, da liegt keine Pistole im Aufenthaltsraum. Was ist denn das? Ich hab gedacht, wir sind in Amerika. Ihr müsst überall knarren... Oh, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich komm hier nicht durch. Oh mein Gott, ich muss klettern. Ich muss euch irgendwie loswerden, Jungs. Ihr geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich komm hoch zu dir. Ich komm hoch zu dir. Ich mach dich fertig. Oh fuck, nein, 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 nein. Nein. Oh, shit. Was soll ich machen? Auf mich wird geschossen und ich kann mich nicht wehren. Oh, ich sehe, was ich machen soll. Da ist eine rot markierte Kiste. Fuck. Hör auf an mich zu schießen. Haha, lernt man bei euch sowas nicht? Dass man aufpassen soll, wenn einem jemand gegenübersteht, der sich wehrt? Hä? Komm her, Kumpel. Jetzt reicht's. Ich schieße zurück. Jetzt reicht's. Oh, stirb. Da ist noch einer. Äh. War es das? Waren das alle? Bitte sagt mir die Respawn jetzt nicht unendlich. Ach, da ist gerade noch einer aus der Tür rausgelaufen. Jetzt ist Ruhe. Ihr wolltet es nicht anders. Ich wollte niemanden umbringen. Aber es geht nicht anders, Blattlin, du Miststück. Jetzt, da alles ruhig ist und ich kein Geschieße mehr höre. Nein, alles, was ich höre, sind Schreie des Todes. Kann ich hier rein. Endlich. Mein Gott. Guten Tag. Ich muss Sie bitten. Bitte kommen Sie während der Geschäftszeiten wieder. Macht die Tür auf. Jetzt haben sie es mitgekriegt. Eindringling in der Nähe der Ladebucht. Nun, ich würde sagen, ich bin etwas mehr als nur ein Eindringling. Ich bin ein Vollidiot. Das bin ich. Fuck. Machen wir das nochmal. Diesmal vielleicht mit Anlauf und nicht mit runterfallen wie ein absoluter Retard. Da ist es. Da war gerade kein Dampf. Mann, war das peinlich. Stellt euch vor, auf den Überwachungskameras, ne? Da ist sie. Da ist die Person, die unser ganzes Squad ausgerottet hat. Sie springt und fällt einfach nach unten und ist tot. Und er denkt sich so, okay, unsere Leute sind echt scheiße, wenn sie die nicht aufhalten können. Vielleicht sollten wir uns ein besseres Personal bemühen. Glücklicherweise hat sie alle schon getötet. Deswegen müssen wir die Leute nicht mehr kündigen. Das hier ist mit Abstand das bisher langsamste Level des ganzen Spiels. Dieses blöde Rumgeklettere zwischen den Kisten hier ist so langsam, weil du immer gucken musst, wo du hin kannst und wo nicht. Furchtbar. Jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen. Das gibt es doch gar nicht. Wo muss ich hin, Mann? Das darf doch gar nicht wahr sein. Ich kann nicht von hier bis dahinter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss und wo ich genau hin soll. Außerdem bin ich blöd. Ne, funktioniert auch nicht. Scheiße. Ich mag das Level nicht. Da fühle ich mich so eingesperrt irgendwie. Man ist hier nur in dieser blöden Halle unterwegs und macht nicht viel anderes, als ab und zu mal vielleicht ein bisschen springen, aber hauptsächlich rumrennen. Mirror's Edge, was ist los? Anscheinend ist das hier ihr E-Mail-Programm. Das ist mit Abstand das bösartig aussehendste E-Mail-Programm, das ich je gesehen habe. Mit roter Schrift. So, ja, die Schrift ist rot in dem Spiel. Alles ist rot. Und der Monitor ist so rot, der leuchtet hier sogar hin. Das ist doch nicht gesund für die Augen. Wer hat das denn installiert? Das ist ja furchtbar. Das ganze Level besteht aus Rumrennen und Knopfdrücken. Das darf doch gar nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Ich soll hier runter? Wirklich? Okay, warum auch immer da ein Loch im Aufzug ist. Heute bei die hässlichsten Firmenlogos der Welt. Pirandello Kruger, meine Damen und Herren. Ein Sicherheitsunternehmen ganz tief aus der namenlosen Stadt, dessen Namen ich vermutlich vergessen habe, weil sie doch einen Namen hatte, den ich aber nicht mehr weiß. Pirandello Kruger, meine Damen und Herren, tragen hier mit Abstand das hässlichste Firmenlogo aller Zeiten. Nein, hässlicher Hund, vermutlich eine Bulldog oder was auch immer das sein soll. Scheiße, hässlich. Meine Damen und Herren, Pirandello Kruger. Yo, ich habe gehört, ich bin hier eingebrochen. Ihr sucht doch nach mir. Warum kommt kein Alarm? Seid ihr blind? Ist der Typ im Sicherheitsraum eingeschlafen oder guckt der Pornos oder was? Hi, ich bin hier vor deiner Kamera. Mach was. Alarm. Sinnvollste Kamera aller Zeiten. Habt ihr gerade gesehen, wo die hinschwenkt? Die schwenkt bis in diese Ecke. Die guckt sich dann einfach die Wand an. Das heißt, der Typ, der einbrechen will, wird warten, bis die Kamera an die Wand guckt und einfach vorbeilaufen. Was ist das für eine Sicherheitsfirma? Das ist das schlechteste Sicherheitsunternehmen der Welt. Auch die Kamera hier, die glitscht sogar durch die Decke, so schlecht ist die. Guck dir das an. Die haben absolut keine Ahnung von Sicherheit. Und in sowas investieren Leute, in sowas vertrauen Leute. Das ist ja furchtbar. Außerdem sind ihre Gänge überhaupt nicht bewacht. Guckt euch das an. Ich kann hier durchlaufen, wie ich will. ICR Facilities, Security Level C, Authorized Personal Only. Ich sehe nichts von Kontrolle. Warum kann ich hier einfach rein? Das macht so keinen Sinn, hey. Nein! Die Cops haben dich entdeckt. Nichts wie raus. Da fuck seid ihr? Äh, was seid ihr? Kung Fu Ninjas? Da fuck? Mit Tasern? Ach du Scheiß, ich bin erledigt. Da fuck sind die schnell. Alter, geh weg. Von mir. Lass mich in Ruhe. Geh da hoch. Die machen mich fertig. Ihr könnt, könnt ihr klettern? Oh shit, sie können klettern. Fuck. Was ist das? Was sehe ich hier? Ich muss laufen. Fuck. Das sind Kung Fu Ninjas. Everybody was Kung Fu Fighting. Scheiße, lass mich laufen. Lass mich gehen. Bro, ich habe da gar nichts Falsches gemacht. Ich bin doch nur ein Runner. Ihr seid anscheinend auch Runner. So gut, wie ihr auf einmal laufen könnt und klettern könnt. Scheiße, sind die mir auf den Fersen. Ich will nicht sterben. Und unbesiegbar sind sie anscheinend auch. Oh fuck. Mehr davon? Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Vergiss es. Ich werde mich nicht umgucken. Scheiße, scheiße. Kung Fu Ninjas. Kung Fu Ninjas. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Ich höre sie hinter mir. Ich werde mich nicht umgucken. Fuck. Ich trete nicht mal die Tür ein. Da siehst du mal, wie wichtig mir das ist zu entkommen. Scheiße, Aufzug, Aufzug. Mach was. Lass mich fahren. Ach, irgendwas. Irgendwas. Ha. 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 Ursprünglich die Polizei wäre das nervigste in dem Spiel. Aber auf einmal gibt es Kung Fu Ninjas. Oh, fuck. Dein Ernst von beiden Seiten? Scheiße, 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 scheiße. Die meinen das echt ernst. Die wollen mich echt umbringen. Ha. Shit. Ich laufe mein Leben. Ich springe durch dieses Fenster. Mach was du willst. Ha. Shit, 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 shit. Die sind immer noch hinter mir. Ach, die sind immer noch hinter mir. Das gibt es nicht. Warte mal auf mir nachzulaufen. Ich bin wenigstens wieder draußen. Ich bin nicht mehr eingesperrt in Lagerhallen. Fickt euch doch. Geht weg. Geht weg. Scheiße, die sind echt gruselig. Oh, mehr Polizei. Ich werde dir nicht die Waffe abnehmen. Ich werde nicht versuchen, die Typen zu erschießen, weil es wahrscheinlich nicht geht. Ich lande auf einer Packung Reis. Und sie fehlt an meinen Aufprall anscheinend. Keine Ahnung, was das ist. Komm schon. Komm schon. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Habs. 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 Bin safe. Ihr könnt mich mal. Drei Dinge. Das da oben ist das weißeste und größte Flugzeug, das ich jemals gesehen habe. Dieses Schiff hier sieht nicht aus wie ein Schiff, sondern wie ein Wolkenkratzer, der umgekippt ist und irgendwie auf dem Wasser schwimmt. Und es ist Nacht. Oder zumindest kurz vor Nacht. Es ist laut Zeitangabe 23.45 Uhr. Guckt euch mal den Himmel an. Es gibt in dieser Stadt anscheinend keine Umweltverpestung, kein Smog, kein gar nichts. Nicht mal Wolken existieren hier. Und es ist doch nicht nachts. Es ist doch nicht nachts. Es ist die hellste Nacht aller Zeiten. What the fuck. Soll ich in den Laster einsteigen? Ist das unser legendärer Plan? Wirklich? Ich breche in den Laster ein und lasse mich reinfahren. 9 von 10, dass das nicht gut ausgeht. Ich hoffe übrigens, dass der Laster lange fährt. Ich habe eine Ladung chinesischer Nudeln entdeckt. Ne, keine Ahnung, was das ist. Ich bin nur vom Rassistischsten ausgegangen, was mir eingefallen ist. Wahrscheinlich mache ich jetzt nachher die Tür auf und werde einfach in Stücke geschossen. 100 Pro passiert das. So wie ich das Spiel kenne, ist einfach überall Polizei. Dann ist es nichts mit heimlich reingehen. Soll ich hier drin vergammeln oder was? Oh, shit. Ich wollte nicht gesehen werden. Sie haben mich gesehen. Ich soll ein Rohr hochklettern, während er mich geballert wird? Wie denn? Spiel, wie? Wie? Ich... Toll. Das geht nicht. Wie soll das gehen? Ich kann keinen entwaffnen. Und ich kriege den anderen nicht schnell genug Tod, um ihm seine Waffe abzunehmen. Schlag mich. Gut, dann schlag mich halt nicht. Schlag ich dich halt. Während du beschäftigt bist, dich umzudrehen wie so ein Schwerbehinderter. Komm schon. Du bist nur zurückgestoßen. Ich habe dich totgebrüht. Gib mir diese G36. Gib mir die G36. Es reicht mir. Ich wurde oft genug erschossen jetzt. Mann. Ich habe genug. Komm her. Komm her. Das Ding ist genau als Fuck. Also, wenn man damit umgehen könnte. Ich treffe halt nicht viel. So. Gib mir die. Die ist noch frisch. Jetzt mache ich Leute fertig. Komm schon. Irgendwo hier war noch einer. Der versucht mich zum Laufen. Ich habe den doch gesehen. Hier war noch irgendwo einer rot markiert. Wo ist der Typ? Ach hier. Hi. Tschüss. Das Ding ist fast so mächtig wie das MG. Ist ja unfassbar. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Du bist Kug... Heiliger. Der Typ ist kugelsicher und er schießt wie... Scharschütze. Das gibt es nicht. Dein Ernst? Wie genau schieß denn du? Jetzt hat es Schluss. Jetzt ist es fertig mit der Rumpallerei. Mann ey. Diese Typen. Und ciao. Bye bye. Oh fuck. Da ist noch einer. Das sind mehrere. Joint Loops. Nein. Lauf. 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 Ich nutze die Zeit. Ich nutze die Zeit und hau ab. Ich bin doch schon wieder hier. Was soll ich hier? Ich bin doch schon wieder am gleichen Ort. Ist das dein Ernst? So verdammt viele? Oh mein Gott. Lass mich... Ich muss das... Was ist das für ein Level, Mann? Habt ihr nicht von den Stormtroopern gelernt? Die konnten überhaupt nicht schießen. Über die Waffe jetzt. Es reicht. Ich habe genug. Ich will nicht mehr rumspielen. Mann. Jetzt gibt mir die Knarre. Und stirb. Genau. So ist brav. Wo sind alle andere? Wo sind deine Freunde? Dahin sind alle deine Freunde. Komm schon. Ich zeige euch mal was. Ich zeige euch mal, dass ich genauso gut schießen kann. Kommt her. Ich mache mich alle fertig. Das war ein Kopfschuss, Mann. Das sind zaubere Kopfschüsse. Der Typ kippt nicht um. Wie viele Kugeln schluckt der? Hi. Oh nein. Ich habe keine Muni mehr. Ist das dein Ernst jetzt? Dümmster Moment dafür. Dümmst möglich. Was? Ich habe ihn nur einmal gehauen und er fällt um. Auf einmal schießen alle so gut. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ist ja noch einer oder habe ich Ruhe? Ich werde hier drin einmalig wahnsinnig. Dieses Gekletter ist in letzter Zeit so übertrieben. Oh fuck. Nein. Ich bin schon wieder ganz unten. Was ist denn heute los? Das gibt es nicht. Jetzt werde ich die ganze Scheiße nochmal machen. Das dauert ewig, weil man schon wieder dieses Seitenhangel Ding machen muss. Was so langsam geht, dass es nicht mehr normal ist. Das gibt es gar nicht. Ich kann alles nochmal machen. Spiel. Oh. Nein. Ich bin schon wieder runtergefallen. Was ist denn heute los? Das gibt es gar nicht. Bin ich spontan behindert geworden? Wie komme ich da hoch? Ich sehe keinen Weg. Ich verstehe nicht, wie ich da hoch soll. Aber ist das dein Ernst? Wirklich? Nein. Ich kann hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich kann hier nicht hoch. Nein. Nein, nicht so. Wie komme ich da hin? Ich verstehe nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt hör doch mal auf, immer das zu machen. Ich komme da. Jetzt hör doch mal auf, das immer zu machen. Ich komme da nicht hin. Hör auf, das zu machen, wenn ich zur Seite laufe. Warum? Ja. Oh mein Gott. Ich habe es. Oh. Boah, das war so dämlich, dass man so viel Anlauf für einen Wallrun braucht, wenn man es nur von da hinten macht, von da, wo das Loch abgeht, ne? Wenn man es so von da macht, reicht es nicht. Man muss um die Ecke laufen und dann um die Ecke Anlauf nehmen, um es zu schaffen. Das ist so dumm Spiel. Ich hasse dich für immer. Mach das Ding auf. Ich will nicht mehr. Ist das euer Ernst? Ihr verstaut eure Überlebensboote, eure Überlebensflöße im Schiff statt am Schiff, außen am Schiff, im Schiff? Warum im Schiff? Lifeboats. Hier, das sind anscheinend die Lifeboats, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, aber hier steht es oben drüber. Warum sind die im Schiff? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Warum verstaut ihr die hier? Schwachsinn. Mir egal. Ich springe trotzdem darüber, aber warum verstaubt man die im Schiff? Das ist doch dumm. Ja, ist zum Glück gar keine Todesfalle oder so. Ich sehe da schon einen roten Laser und sehe mindestens zwei Leute hier draußen patrouillieren. Geil. Wird auf jeden Fall witzig. Hast du mich anvisiert? Du schießt hier nicht durch, weil du zu blöd bist, richtig? Du weißt nicht, dass deine Kugeln Panzerhunden durchschlagen und auch Panzerglas durchschlagen. Dein Ernst? Schießt der Typ mit Explosiven geschossen oder bin ich nur... Was ballert der hier rum? Ach, der schießt auf so Fässer. Was schießt der in der Gegend rum? Der Spinner. Okay, cool. Bisher war ein Scharfschützer nie so eine Bedrohung. Wo zielst du hin? Du musst auf Kopfhörer zielen. Hast du nie CSGO gespielt? Ah, Hilfe. Äh, kann ich da rein? Ich kann da nicht rein. Ich muss zur nächsten Deckung. Okay, das muss ich... Der schießt auf alles, was explosiv ist. Der Typ spinnt. Hat der einen Trauma von Afghanistan oder was? Warum schießt er auf alles, was... Nein, will ich nicht. Warum schießt der auf alles, was explodieren kann? Der jagt das Schiff in die Luft. Nope. Und nope. Und... Aua, mein Arsch. Ja, jetzt schon wieder Land. Was ist gerade passiert? What? Wo bin ich? Ähm, Leute, ich... Ich komme nicht weg. Es war schön mit dir, aber ich muss schwimmen gehen. In das schlecht exturierte Wasser. Oh ja, komm her. Komm her, ich weiß, du bist hier. Du bist hier oben. Oh ja. Du bist ein Ninja. Schlag mich. Ach, du bist so ein... Okay, cool. Ich schätze, ich gehe dann einfach. Okay, bye-bye. Ciao. Okay. Ähm, läufst du mir jetzt hinterher? Oder kann ich gehen? Ich soll hier nicht lang, richtig? Ich muss an ihm vorbei. Ich will nicht an dem Ninja vorbei. Komm schon, ich schlag... Was ist das für ein Block-Manöver? Blockst du jedes Mal? Jedes beschissene Mal? Hä? Komm her, komm her. Keine Waffen, keine Waffen. Keine Waffen, keine Tricks. Komm her, wir kämpfen wie Männer oder Frauen. Du bist vermutlich eine Frau. Du hast eine weibliche Figur. Komm her, ich mach dich fertig, du. Schon hier das gleiche Block-Manöver. Dein Ernst? Das darf doch gar nicht wahr sein. Stirb endlich. Ich konnte gerade die Waffe abnehmen. Nein, nein, nein. Ich schlag dich windelweich. Ich schlag dich windelweich. Komm, gib mir die Waffe. Gib mir die Knarre. What the fuck ist das? Ist sie weg? Sie ist anscheinend weg. Oder es ist oder was auch immer. Du bist hier rein, richtig? Ich lass dich nicht laufen, Kumpel. Ich mach dich fertig. Oh, du willst es wissen, ne? Du willst es wirklich wissen. Komm her, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Komm hier rüber. Scheiße, bist du schnell? Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich schwöre. Peinlich. Ich mach dich fertig. Ich schwöre es dir. Bei allem, was ich jemals getan habe. Ich mach dich fertig. Außerdem kannst du viel weiter springen. Was bist du? Du bist doch kein Mensch. Was bist du? Ey, du bist verdammt schnell. Kann das sein? Oh, du willst aus dem Schiff raus? Du willst es auf dem Parkplatz versuchen? Okay, dann versuch es auf dem Parkplatz. Ich mach dich auch hier fertig. Oh ja, komm. Komm her. Nochmal. Wir machen nochmal das gleiche, was wir vorhin gemacht haben. Komm her. Ja, hältst du dir dein Köpfchen? Hab ich dich verletzt, du dummes Stück? Ach, du willst dieses Blockmanöver. Was ist das denn für ein Scherz? Schon wieder? Ernsthaft? Darf ich jetzt mal jump? Ich will jumpkicken, Mann. Ich will jumpkicken. Okay, ich mach von unten. Komm schon. Ich mach dich fertig. Gib mir die Knarre. Ich konnte gerade die Knarre nehmen. Was ist das denn gewesen? The fuck? Komm schon. Gib mir diese Knarre. Ja, hab ich sie. Was bist du? Wer bist du, du dummes Stück? Oh. Get wrecked. Und ich schätze, das war es schon für diesmal hier bei Mirror's Edge. Wir haben übrigens in der Zwischensequenz erfahren, wer unter diesem Kostüm steckt, wer das eigentlich ist. Ich sag's aber nicht, falls jemand das Spiel noch spielen will. Danke fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis dem Like-Button aus dem Maulzorn. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Ja, gleich erfahren wir, was genau passiert ist. Ich will's eigentlich gar nicht wissen. Genau bis zu diesem Punkt war alles noch in Ordnung. Und jetzt geht alles den Bach runter. Und da geht mein Kopf. Da fliegt mein Kopf davon. Und jetzt echt zu viel da ist. Da geht der Rest von meinem Körper. Da kommt noch ein Auto.